Willkommen bei der heutigen Folge von iPad für Lehrer, in der ich zum Schuljahresbeginn 2018-19 auch gewissermaßen zu den Anfängen zurückkehren möchte, denn auf dem YouTube-Kanal iPad für Lehrer sind inzwischen ganz schön viele Videos veröffentlicht worden. Ich habe schon viel gezeigt zu arbeiten mit iPads, mit Tablets im Unterricht. Allerdings gab es immer wieder eine Frage, die wirklich an die Basis, an die Grundlagen geht, nämlich wie bereite ich eigentlich meinen Unterricht am PC zu Hause vor? Davon schreibe ich ja immer wieder. Und wie kommen diese Materialien dann für die Unterrichtsdurchführung aufs iPad? Das nennt man auch schön Workflow, sprich Arbeitsprozess. Wie sieht also einfach die Unterrichtsvorbereitung zu Hause aus, versus die Unterrichtsdurchführung in der Schule? Und wie kriege ich die ganzen Dateien aufs iPad? Und das werde ich heute einfach mal ganz kurz und knapp zeigen, anhand von zwei möglichen Wegen, nämlich einmal über Dropbox, einen Cloud-Dienst, und andererseits über die App Document 6 und die Möglichkeit, das Ganze per WLAN zu transferieren. Das sind zwei Möglichkeiten, die sehr, sehr praktisch sind. Die werde ich jetzt in aller Kürze zeigen. Wie habe ich das gemacht mit Dropbox? Das kennt ja, denke ich, jeder, diesen Cloud-Anbieter. Den kann man einfach installieren. Das ist ein Programm für den Heim-PC zu Hause. Und das, genau wie auch Google Drive oder Microsoft OneDrive, wenn man die installiert, nistet sich schon ganz automatisch im Windows Explorer ein. Den öffne ich mal und dann sehen wir auch schon, dass hier links neben der Festplatte sich ein Ordner namens Dropbox befindet. Das ist ganz praktisch, denn da muss man jetzt keinen Ordner Dropbox oder so mehr aufmachen und den irgendwie verknüpfen mit Dropbox. Der ist hier ganz automatisch im Windows Explorer. Und ich habe jetzt, um meine Dateien immer online und aktuell zu halten, sprich synchronisiert, einfach alle meine Schulordner, die ich brauche für den Unterricht oder auch für andere Aktivitäten, nicht auf der Festplatte C, sondern direkt in meinem Ordner Dropbox angelegt. Denn dann werden alle Dateien, die ich innerhalb dieses Ordners anlege, automatisch mit meiner Dropbox im Internet synchronisiert und können auf allen anderen Geräten, die mit meiner Dropbox zusammenarbeiten, also meinem iPhone und meinem iPad, automatisch aktualisiert und genutzt werden. Gehen wir doch mal rein und schauen beispielsweise ins Fach Geschichte. Ich habe das hier nach Fächern angelegt, Schule Geschichte, Schule Spanisch, Projekte, alle möglichen Dinge. Aber jetzt geht es ganz konkret um Unterricht. Innerhalb dieses Ordners Schule Geschichte habe ich jetzt alle meine Klassenkurse nochmal separat angelegt, sodass ich jederzeit darauf zugreifen kann. Wenn wir mal reingehen in die 11.2, den EA. Der ist inzwischen fertig vorbereitet. Das ist schon ein fertiges Schuljahr, das man hier sieht. Habe ich nochmal nach Sitzung das Ganze gegliedert. Und nehmen wir mal an, ich möchte jetzt eine Stunde zur Weltwirtschaftskrise vorbereiten. Dann habe ich hier 0. Sitzung, ja, weil das ein bisschen vorgeschoben wurde von mir, die Weltwirtschaftskrise Teil 1 und habe dann innerhalb dieser Stunde alle meine Materialien zusammen, die ich brauche. Ich selber nenne meine Unterrichtsvorbereitung, die ich dann wirklich im Unterricht brauche, das waren früher die OHP-Folien klassischerweise, einfach iPad-Vorlage. Dann erkenne ich das jederzeit und weiß, worum es geht. Die kann ich öffnen in Word. Das mache ich zu Hause auch ganz klassisch mit Microsoft Word. Ich arbeite da nicht mit Apple-Produkten oder so, weil ich eigentlich den Heim-PC mit Windows schon auch sehr schätze und da sehr gut dran arbeiten kann. Und lege dann hier ein Word-Dokument an, in dem ich meine Stunde vorstrukturiere. Hier beispielsweise der Einstieg in die Geschichtsstunde mit einer Bildquelle und Arbeitsaufträgen dazu, die ich einfach hier selber schreiben und formulieren kann. Klassischer Einstieg, Problematisierung, die Frage, was ist hier eigentlich los? Was ist hier passiert im Oktober 1929? Und dann geht es weiter. Ich möchte mit einem kurzen Videoclip weiterarbeiten, einfach um ein Gefühl für die Stimmung zu schaffen und erst mal ein bisschen ins Gespräch zu kommen, zu den Ursachen, zum Verlauf und den Folgen der Weltwirtschaftskrise, bevor dann am Ende wieder richtig ins Thema einsteigen. Das ist dann das eigentliche Thema der Stunde, The Great Crash. Und folgende Fragen werden wir klären. Wie konntest du zu diesem Zusammenbruch kommen? Welche unmittelbaren Folgen waren zu erwarten? Das lege ich alles so in diesem Word-Dokument einfach an. Auch das Ende der Stunde, in dem schon nach einem weiteren Arbeitsprozess jetzt zwei Bildquellen miteinander verglichen werden und dann abschließend die Ergebnissicherung stattfindet. Das ist eigentlich der gesamte Ablauf einer Doppelstunde, wahrscheinlich sogar von drei, vier Stunden, den ich jetzt nicht mehr auf verschiedenen OHP-Folien anlegen muss, sondern direkt in einem Word-Dokument. Das speichere ich dann in der entsprechenden Stunde einfach ab, wo ich jetzt gerade auch schon war, nämlich hier iPad-Vorlage Crash 1929. Das ersetze ich jetzt einfach mal. Zusätzlich speichere ich das dann immer noch mal als PDF ab, denn es kann nie von Nachteil sein, einen PDF zu haben, weil die iPads zum Beispiel, wenn man darauf ein Word-Dokument öffnet, schon manchmal das Format verschieben. Das kann mit einem PDF nicht passieren, deswegen speichere ich diese iPad-Vorlage noch mal als PDF ab und habe jetzt hier ein fertiges PDF, das ich auf dem iPad später ablaufen lassen kann. Das war es eigentlich auch schon. Meine Dropbox synchronisiert jetzt automatisch diese gerade abgespeicherten Dateien mit der Dropbox im Internet und wenn ich auf meinem iPad diese jetzt öffnen will, kann ich direkt auf die aktuellste Version zugreifen. Das ist sehr, sehr praktisch. Ich muss jetzt gar nicht mehr machen. Das ist abgespeichert auf meinem PC. Das ist synchronisiert mit der Dropbox und kann jetzt mit diesen Vorbereitungen in die Schule gehen und meine iPad-Vorlage ablaufen lassen. Zusätzlich habe ich hier Arbeitsblätter auch abgespeichert. Einmal einen Arbeitsplan für die Stunde mit der Leitfrage, mit Arbeitsaufträgen, die den Arbeitsprozess strukturieren und andererseits das Arbeitsblatt mit den dazugehörigen Materialien, denn das ist jetzt eine Stunde, die ich selber angelegt habe, in der die Schüler mit relativ viel Material arbeiten müssen, um am Ende eine Radiosendung zu erstellen. Die kann ich entweder in der Schule dann ausdrucken oder aber, wenn es eine Klasse bei uns eine ML-Klasse ist, in der die Schüler iPads haben, kann ich ihnen das dann auch über AirDrop direkt zur Verfügung stellen und muss diese Arbeitsblätter gar nicht erst ausdrucken. So habe ich also ganz kompakt die komplette Stunde hier in einem Ordner abgespeichert. Der ist automatisch über meine Dropbox synchronisiert und sobald ich in der Schule mein iPad öffne, habe ich automatisch die aktuellste Datei vorliegen. Am nächsten Tag in der Schule muss ich jetzt bei der Lösung mit Dropbox eigentlich nur die Dropbox öffnen, denn die ist ja direkt synchronisiert mit meinem Heim-PC. Die gleichen sich beide ab, die Dropbox auf dem iPad und die Dropbox zu Hause und dazu klicke ich unten auf das Symbol mit dem weißen Paket auf blauem Hintergrund, das ist das Dropbox-Zeichen, gehe da rein und sehe jetzt schon links in der Spalte 1 zu 1 die Dateistruktur, so wie ich sie auch zu Hause im Windows Explorer unter meiner Dropbox habe. Hier habe ich jetzt wieder meine Fächer, klicke entsprechend auf Schule Geschichte 11-2EA, gehe hier in die erste Sitzung rein und habe jetzt hier meine gerade abgespeicherte iPad-Vorlage, die ich zu Hause noch verändert hatte und kann damit jetzt nach Anschluss an den Beamer direkt loslegen mit dem Einstieg. Wenn wir damit durch sind, gehe ich runter, gehe kurz auf das Video. Das lassen wir jetzt einfach mal gut sein, das diente nur zur Veranschaulichung, können mit den Arbeitsaufträgen weitermachen, dann rollen wir runter zum Stundenthema. Es beginnt die Bearbeitung. Ich könnte jetzt, wenn ich möchte, auch noch mal zurückgehen und zum Beispiel die Arbeitsaufträge genauer erklären, indem ich hier auf den Arbeitsplan nochmal gehe, den ich zum Beispiel ausgedruckt ausgeteilt habe, vielleicht die Aktienkurse nochmal genauer erläutere, Arbeitsaufträge nochmal erklären, gehe wieder zurück in meine iPad-Vorlage und lasse die Stunde weiter ablaufen, zum Beispiel hier mit der Ergebnissicherung und Vertiefung zum Abschluss und dann ist die Stunde auch schon vorbei. Und das Ganze jetzt im Grunde in einem Dokument, ich brauche nicht mehr verschiedene OHP-Folien, sondern kann das ganz einfach durchlaufen lassen, kann das Video einbinden und das ist natürlich jetzt ein riesen Vorteil und eben mit der direkten Synchronisation über die Dropbox auch eine sehr, sehr angenehme und sehr schnelle und komplizierte Lösung. Alles, was ich auf dem Heim-PC zu Hause mache für die Schule, direkt auch auf dem iPad oder auf dem iPhone, falls nötig, vorliegen zu haben, ohne dass ich irgendwie was hin und her kopieren oder transferieren muss. Das wäre jetzt der einfachste Weg über die Dropbox, über diesen Cloud-Dienst. Allerdings gibt es nun auch Leute, die sagen, ich möchte keinen Cloud-Anbieter, ich möchte nicht, dass meine Daten beispielsweise in den USA liegen, was bei Dropbox durchaus der Fall ist. Da muss man datenschutzrechtlich auch sehr aufpassen, was zum Beispiel Schülerdaten angeht. Ich nutze diesen Dienst sehr, sehr gerne, halte ihn für sehr gut, sehr schnell, sehr praktisch. Es gibt aber noch eine andere Variante, nämlich über die App Documents 6 mittels des sogenannten WiFi-Transfers. Das hatte ich schon mal in einem anderen Video gezeigt, kann es aber auch gerne heute noch mal zeigen, nämlich wie ich jetzt mittels WiFi-Transfers und Documents 6 meine Dateien vom PC auf das iPad bekomme. Auf dem PC sieht das Bild jetzt so aus, dass ich im Internet, in diesem Fall jetzt Firefox, docstransfer.com eingebe und sich automatisch die Startseite öffnet zum Transfer vom PC auf das iPad mit der Documents-App, beziehungsweise auch andersrum. Wie mache ich das? Ich öffne auf dem iPad die App Documents, hier steht es noch mal gezielter auch fürs iPad, tippe dann auf WiFi-Transfer, richte die Kamera des iPads auf den Bildschirm, genau hier auf diesen QR-Code und dann verbindet sich das iPad automatisch über das WLAN mit dem PC und ich kann jetzt Daten hin und her transferieren. Auf dem PC wird jetzt die Verbindung hergestellt und schon kann ich meine gesamte Ordnerstruktur, die ich auf dem iPad habe, in Documents 6 hier sehen und kann jetzt damit arbeiten und zum Beispiel Dateien eben jetzt vom Computer auf das iPad transferieren. Um zu zeigen, wie einfach, unkompliziert und vor allem aber auch schnell dank WLAN der Dateitransfer zwischen dem Heim-PC und dem iPad und andersherum jetzt funktioniert, werde ich das einfach mal ganz kurz auf zwei Bildschirmen zeigen, einerseits hier auf meinem iPad und andererseits auf dem PC. Die beiden sind jetzt schon verbunden über WiFi-Transfer, was ich ja gerade eben schon gemacht hatte und ich sehe jetzt sowohl in meinem Internetbrowser auf dem Heim-PC als auch auf meinem iPad den Startbildschirm von Documents mit der Dateistruktur. Da habe ich unter dem Fach Geschichte jetzt schon den Kurs 11.2.e.a angelegt, habe hier auch schon mal die erste Sitzung angelegt als Ordner. Allerdings ist dieser Ordner jetzt leer und ich möchte eben beispielsweise am Vorabend der Unterrichtsstunde meine Dateien, die ich zu Hause vorbereitet habe, darüber jetzt aufs iPad transferieren und die hier reinladen. Wie mache ich das? Ich klicke einfach auf Dateien hochladen, gehe in Schule Geschichte, in meinen Kurs 11.2.e.a. in die erste Sitzung und wähle alle die Dateien aus, die ich auf meinem iPad haben möchte, die ich für den Unterricht benötige, klicke auf Öffnen und schon werden sie hochgeladen und man sieht jetzt hier auf dem iPad parallel, wie schnell das geht, denn die Dateien sind jetzt schon alle auf meinem iPad und ich kann sie entsprechend nutzen. Möchte ich jetzt noch die zweite Stunde zum Beispiel anlegen, dann klicke ich hier oben rechts auf Plus und lege einen neuen Ordner an, zweite Sitzung, Weltwirtschaftskrise 2, klicke auf Erstellen und kann jetzt hier alle Dateien, die ich für die zweite Sitzung brauche, von meinem PC ganz genau so, aber jetzt natürlich Weltwirtschaftskrise 2, entsprechend hochladen. Das mache ich einfach mal beispielsweise, wir nehmen mal die Arbeitsaufträge, die wir brauchen, ein kleines Arbeitsblatt, ich klicke auf Öffnen und schon habe ich diese Dateien genauso schnell jetzt hier hochgeladen und hier sind sie bei der zweiten Sitzung auch schon zu sehen. Bin ich jetzt im Unterricht am nächsten Tag, muss ich eigentlich nichts anderes machen als Documents zu öffnen, dann gehe ich in meinen Ordner, den ich am Vortag hier drauf kopiert habe, erste Sitzung, gehe in meine iPad-Vorlage rein und kann jetzt direkt mit dem Unterricht beginnen, mit der Einstiegsfolie, dann geht es weiter mit dem Videofilm, den kann ich jetzt direkt öffnen, indem ich auf den Link klicke, sage ja und kann mit dem Mikro verbunden ist, kann jetzt genauso dann wieder zurückgehen in die Documents, in meine Vorlage und kann jetzt beispielsweise auf der zweiten Seite dann direkt weitermachen, indem ich hier auf das Stundenthema komme und dann am Ende noch zum Abschluss entsprechende Ergebnisse sichern werde. Damit habe ich in einem Dokument alles zusammen, was ich brauche für eine Unterrichtsstunde, habe zusätzlich in diesem Ordner meine Arbeitsblätter, die kann ich im Zweifel, wenn ich möchte, auch noch mal schnell aufrufen, wenn zum Beispiel die Schüler hier den Arbeitsauftrag nicht genau verstehen, kann ich das zur genaueren Erklärung noch mal aufrufen oder aber hier auch diese Graphen der Aktienkurse noch mal kommentieren beispielsweise und habe damit im Grunde zum einen einen Overhead-Projektor ersetzt, habe einen Videoplayer ersetzt oder einen DVD-Player, den ich eigentlich gebraucht hätte und das alles in einem Dokument, nämlich hier in meiner iPad-Vorlage, mit der ich den Unterricht jetzt im Grunde so mehr oder weniger ablaufen lasse, was eben auch natürlich dazu beiträgt, dass der Unterricht wesentlich flüssiger und nahtloser abläuft. Heute ging es aber vor allem darum, genau mal zu zeigen, wie eigentlich so eine Unterrichtsverwaltung, das Konzipieren, das Erstellen, das Vorbereiten von Unterricht zu Hause auf dem Heim-PC funktionieren kann, um dann am nächsten Tag mit dem iPad den Unterricht mit dem Beamer durchzuführen. Zwei Varianten habe ich eben gezeigt, zum einen über die Dropbox, zum anderen über Document 6 mit Wi-Fi Transfer. Beides Varianten, die sehr unkompliziert und einfach sind. Ich persönlich bevorzuge Dropbox einfach deswegen, weil ich mir da diesen zusätzlichen Schritt des Dateitransfers über Wi-Fi Transfer eben spare. Ich speichere zu Hause einfach direkt in der Dropbox und das kann ich dann wiederum, wie gezeigt, auch direkt auf dem iPad dann im Unterricht abrufen. Der Kopierschritt entfällt. Allerdings ist diese Lösung über Document 6 für alle die von Vorteil, die eben aus Datenschutzgründen beispielsweise nicht einen der großen Cloud-Anbieter aus den USA wie Dropbox, Google Drive oder auch Microsoft OneDrive nutzen wollen. Zwei Varianten, im Grunde hat man die freie Wahl. Natürlich gibt es auch noch einen USB-Stick für das iPad, den man nutzen kann. Das habe ich in einem anderen Video schon gezeigt.